So meine Lieben, hier habe ich einen richtig geilen Handtuchhalter, den man ja eigentlich im Bad macht. Im Bad haben wir aber alles voll und ich bin kein Typ, der jetzt einfach was hinhängt, um mit hin zu hängen. Wir haben hier die Garagentür von innen. Wir haben hier immer für Kai-Uwe, um für die Füßchen sauber zu machen, nehme ich ein Handtuch dran und hier kann ich dann zwei dran machen. Einmal für den Körper und einmal für die Füßchen. Jetzt werde ich das hier mit dem UV-Lock machen. Ich mache hier einmal einen Kleber ab, auf beiden Seiten. Und einmal hier. Jetzt ist es wichtig, dass die hier nach oben gucken. Und entweder macht ihr euch vorher schon Markierungen dran, wo die hinkommen, oder ihr seid so gut wie ich und macht das so. Dann muss das einmal so angebracht werden. So, dann ziehe ich die Dinger hier nämlich ab. Dann habe ich das nämlich dran. So, dann gehen wir hin und befüllen jetzt mit dem Kleber. Guck mal, wie schön der sich ausbreitet. Du sollst nicht in mein Gesicht filmen. Guck lieber, wie der Kleber sich ausbreitet, du Pappkopp. Dann geht man hin mit dieser Lampe. Was macht diese Lampe? Sie leuchtet blau. Die packt man hier drauf und hält das eine Minute lang drauf. Dann härtet der Kleber nämlich perfekt aus. Kriegt man auch nur noch mit dem Föhn ab. Aber das Ding hält dann mal so ganz übel. Da haben wir es wieder. Habe ich das jetzt angemacht? Ja. Was gibt es denn da zu lachen, du Blötschkopp? So, auch hier ist die Minute jetzt um. Zack. Das müssen wir nur noch schön machen. Einmal. Zweimal. Und das einmal drauf. So, dann habe ich den kleinen Insechskantschlüssel. Das hasse ich, ne? Ja, wenn ich am Schrauben oder irgendwas am Machen bin, was jetzt gerade nicht so gut funktioniert, und du genau, und du dann so nah kommst. Boah, Alter, ich hasse das so sehr, ne? Und ich hasse es, dass du es so genießt. Komm, schieb deinen dicken Arsch darüber jetzt. Hier haben wir jetzt pro Lok 90 Kilogramm Zugkraft. Und ich glaube, da kann man zwei, drei Handtücher dran aufhängen. Das ist doch geil. Hat der Dicke einmal für seine Füßchen und einmal für seinen Körper. Hat er seine Handtücher da drüber. Kai Uwe, da können wir schön spazieren gehen, wir zwei, ne? Benko, die bessere Idee. Boah, wie lange soll ich den Gesicht haben, boah, Jungen? Boah, irgendwann, weiß was. Ich schließe jetzt hier einfach ab. Komm rein, Kai Uwe, komm schnell. Hier, ciao. Vielen Dank.